BZ am Ohr. Der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Also aktuell sind wir noch als Verein gemeldet, um eine Grundstruktur zur Verfügung zu stellen. Wir werden jetzt aber umfilmieren zu einer Genossenschaft. Wir werden dann eine Anbaugenossenschaft. Und das werden wir hier im Umland Freiburg machen. Da sind wir jetzt mit verschiedenen Bauträgern und auch mit Gärtnereien im Gespräch. Wir kalkulieren mit einer reinen Anbaufläche von 50 Quadratmetern, auf denen wir nachher 25 Kilo im Monat produzieren. 25 Kilo Cannabis im Monat. So viel darf eine Anbauvereinigung laut dem neuen Cannabis-Gesetz für ihre Mitglieder produzieren. Und genau das haben Stefan Kruse und seine Kollegen vom Cannabis Social Club Freiburg vor. Wofür der Club genau steht, erzählt uns Stefan heute im Podcast. Er ist zertifizierter Sachverständiger für Cannabis und Vorstandsmitglied des Clubs. Selbst verwendet er Cannabis heute auf medizinischer Basis. Das ist in Deutschland schon seit 2017 mit ärztlicher Verschreibung erlaubt. Die Teillegalisierung gilt nun seit dem 1. April. Ab dem 1. Juli dürfen dann auch die Anbauvereinigungen aka Social Clubs starten. Wer macht da mit und wie realistisch ist es, dass all die Vorschriften, die die Clubs haben, wirklich eingehalten werden? Das nämlich liegt Stefan Kruse ziemlich am Herzen. In seiner Jugend hat er mit Cannabis keine guten Erfahrungen gemacht. Seine ganze Geschichte hört ihr jetzt im Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Lisa Böttinger und Redakteurin der Badischen Zeitung. Herzlich willkommen, Stefan Kruse, heute bei mir bei BZ am Ohr. Schön, dass du da bist. Hi Lisa. Stefan hat mir freundlicherweise in unserem Vorgespräch das Du angeboten, sodass wir heute mal wieder beim Du angekommen sind bei BZ am Ohr. Das noch als kleine Info vorab. Und die erste Frage wird auch relativ persönlich passend dazu. Stefan, wann hast du eigentlich deinen letzten Joint geraucht? Mein letzter Joint ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das ist bestimmt schon 10, 15 Jahre her. Das war so zu meiner Freizeitkonsumzeit. Mittlerweile nutze ich es ja medizinisch und bin da auch genau eingestellt. Was heißt genau eingestellt? Das heißt, dass mein Cannabiskonsum wird ärztlich überwacht. Ich habe regelmäßig Termine mit meinem Arzt, wo mir das Ganze dann auch medizinisch verschrieben wird. Ich habe eine Eindosierung. Da gibt es einen Medikamentenplan, wo dann halt drinsteht, nimm dann so und so viel. Und so bin ich dann genau auf ein THC-Level eingestellt, was mich nicht permanent in einem Rausch hält, sondern kurz da drunter. Deswegen nennt man das eingestellt. Okay. Also du hast quasi jetzt schon vor dem Inkrafttreten dieses Cannabis-Gesetzes seit dem 1. April auf einer medizinischen Basis das konsumiert, was ja damals auch schon im legalen Bereich war. Genau. Medizinisch ist ja seit 2017 legal bei einer schwerwiegenden Erkrankung, wenn der Arzt das Ganze überwacht. Da gibt es einen Haufen Regelwerk. Ich konsumiere selber aber schon seit meinem 16. Lebensjahr. Da habe ich angefangen. Also ich habe mit dem Freizeitkonsum gestartet. Genau. Das ist eigentlich meine Frage, der Freizeitkonsum. Ich frage einfach deshalb, weil ein wichtiges Argument für diese neue Gesetzgebung, also das Cannabis-Gesetz, jetzt die Anbauvereinigungen, also der Social Club, jetzt im Fall Cannabis Social Club Freiburg. Ein wichtiges Argument für diese Gesetzgebung war ja auch, dass der Cannabis-Konsum einfach so wahnsinnig verbreitet ist. Also ich meine jetzt den Freizeitkonsum. 4,5 Millionen Erwachsene haben in den vergangenen zwölf Monaten Cannabis konsumiert. Das heißt, so heißt es in der Erhebung des Bundesgesundheitsministeriums von 2021. Man kann natürlich auch davon ausgehen, dass da noch eine Dunkelziffer in dieser Erhebung nicht drin ist. Da gehe ich auch von aus. Oder eben mit den Worten von Cem Özdemir zu dem neuen Gesetz. Der Konsum von Cannabis ist eine gesellschaftliche Realität. Inwiefern bekommst du denn diese gesellschaftliche Realität mit? Dadurch, dass ich beruflich im Cannabis-Bereich unterwegs bin, ich bin ja voll selbstständig damit und arbeite mit Kliniken, Pflegeheimen zusammen, ist das für mich alltäglich. Moment mal, Kliniken und Pflegeheime? Reden wir hier nicht über Social Clubs? Ja, ja, aber es gibt eben Gebiete der Medizin, wo Cannabis bereits eingesetzt werden darf und auch eingesetzt wird. Zum Beispiel in Öl- oder Tablettenform. Nach unserem Gespräch erzählt mir Stefan Kruse außerdem von seiner Zusammenarbeit mit dem Ortenau-Klinikum hier in der Region. Dort ist er gelegentlich als externer Berater in der Schmerzmedizin unterwegs. Und wie kommt Cannabis dort zum Einsatz? Das habe ich den Chefarzt des Schmerzzentrums gefragt, Ingo Schilk. Nachdem im Jahre 2017 die Änderungen im SGB V umgesetzt wurden, also das sogenannte Cannabis-Gesetz, haben wir in der Schmerzmedizin des Ortenau-Klinikums entsprechend der Gesetzeslage bei Patienten, bei denen alle etablierten Therapiemethoden ausgeschöpft waren, den Einsatz von Cannabis-Medikamenten erwogen, wenn die Möglichkeit bestand, dass diese bei dem entsprechenden Schmerzbild lindernd wirksam sein könnten. Anfangs kamen dabei überwiegend THC-basierte Medikamente oder bereits zugelassene Fertigmedikamente zum Einsatz. Und mit der Zeit haben wir dann auch zunehmende Erfahrungen gesammelt mit sogenannten Vollspektrum-Extrakten. Also Extrakte, die sämtliche Wirkstoffe der Cannabispflanze beinhalten. Nur in seltenen Ausnahmefällen kommt die Inhalation von Cannabis in Form von Blüten und mit Inhalatoren zur Anwendung. Das Rauchen von Cannabis-Blüten, also sozusagen der Konsum von Joints, ist medizinisch nicht gewünscht und wird auch nicht empfohlen. Genau deswegen muss man klar unterscheiden zwischen medizinischem und dem sogenannten Freizeitkonsum, dem Kiffen. Ich sehe ganz viele Menschen, die das freizeitmäßig konsumieren, aus dem einen oder aus dem anderen Grund, die unterschiedlichsten Konsumformen, ob jetzt Joint, Bon, Überkekse, Kuchen, ist ja alles möglich. Was ist denn, wenn du an deinen Freizeitgebrauch denkst, Freizeitkonsum, als du, also noch vor einigen Jahren, und auch an diesen sehr weit verbreiteten Freizeitkonsum von vielen Menschen, warum tun die das denn? Was gibt es denen denn, dieser Konsum? Also wir haben jetzt so eine Droge wie Alkohol, da würde jeder sagen, ja, ich komme damit ein bisschen runter oder ich entspanne mich nach der Arbeit, so dieses Feierabendbier, der Klassiker. Was ist es denn beim Gras? Was ist das Bedürfnis? Was ist die Wirkung? Was bringt dir das? Also bei mir damals, wenn ich so an mein 16-jähriges Ich denke, damals war es halt so dieses, zur Gruppe mit dazugehören, also ich bin aufgewachsen in Bremen, das war halt ein ganz anderes Pflaster. Und da hast du das in deiner Clique, in deiner Umgebung gehabt, da wurde Alkohol getrunken, da wurde auch mal Gras geraucht. Ich war früher in einer bildungsschwachen Schicht unterwegs, ich habe einen Abschluss auf einer Sonderschule für lernschwache Kinder gemacht und dementsprechend war ich in der Umgebung unterwegs, wo das immer wieder angeboten wurde, weil das, wo das natürlich war, mir wurde gezeigt, das ist vollkommen normal, dass man tagsüber Cannabis konsumiert, dass man Alkohol konsumiert, dass man Straftaten begeht und das war mein normales Umfeld. Dementsprechend war das für mich einfach eine normale Realität, dass ich Cannabis konsumiere. Und auf der anderen Seite habe ich auch diesen Benefit für mich gemerkt, dass ich in bestimmten Situationen viel besser schlafen konnte. Ich habe einige traumatische Erlebnisse gehabt, wo ich gemobbt wurde, wo ich depressiv war, ich war früher massiv übergewichtig. Alles das hat mich emotional sehr stark belastet und ich habe halt gesehen, wenn ich Cannabis konsumiere, dann ist diese Belastung weg, weil ich durch dieses High dann so sehr abgelenkt bin, dass es mir einfach besser geht. Ich konnte mir auf Knopfdruck Glück kaufen. Und das war halt das, was mich damals am meisten interessiert hat. Ich konnte mich einfach damit glücklich machen. Ist ja auch, ja. Ein Joint gebaut, ein Bong. Damals waren das so meine Konsumwege. Innerhalb von kürzester Zeit warst du glücklich, entspannt, das war alles toll. Du hast dir einen lustigen Film angeguckt, gelacht. Dann gab es eine Tüte Chips, was dann natürlich zu der damaligen Zeit für mich reines Gift war. Und das war dann so mein Leben in meiner Depression, in meinem Übergewicht, in dem Leben, wie ich es damals so wahrgenommen habe, war das ein Ausweg für einen kurzen Zeitraum Glück. Also so ein bisschen eine klassische Suchtthematik. Und ja, ganz wichtig auf dieses Thema Jugendschutz kommen wir auch nachher noch zu sprechen, definitiv in dem Kontext. Jetzt hast du deine Nutzung so ein bisschen beschrieben, wie sie früher war. Du hast mir aber auch erzählt, dass du als Jugendlicher so ein bisschen übertrieben hast und abgerutscht bist mit dem Cannabiskonsum. Wie sah das genau aus? Also ich frage einfach, weil das ja auch die Angst vieler Eltern vielleicht ist, junger Menschen, dass sie sagen, ey, also wenn wir jetzt hier über Cannabis-Social-Clubs reden, auch wenn die ab 18 sind, kommen wir auch gleich noch drauf. Es gibt doch so viele Jugendliche, die voll abschiffen wegen Gras. Wie war das bei dir? Bei mir war das ähnlich. Ich hatte das Glück, dass ich in der Familienumgebung war, die sowieso schon einen medizinischen Hintergrund hat. Mein Vater ist Produktionsleiter in einem Pharmaunternehmen in Bremen. Und da hatten wir ein anderes Mindset. Da war das dann okay. Mein Vater hat es nicht gut gefunden, aber er hat es halt akzeptiert, weil er wusste, er kann es mir nicht verbieten. So habe ich einen entspannteren Umgang damit gehabt. Ich habe dann halt nachher auch mit meinem Vater schon zusammen heimlich angebaut. Der hat mir Samen gekauft. Also das war schon für die meisten Jugendlichen wahrscheinlich ein richtig cooler Vater, eine richtig coole Jugend. War halt für mich nicht alles Gold, was glänzt, weil es, glaube ich, nur aus Verzweiflung heraus gemacht hat. Ich habe viel Mist gebaut, ich habe geklaut, ich habe Straftaten begangen. Ich war viel abends unterwegs mit kriminellen Menschen unterwegs. Also ich bin das erste Mal Auto gefahren mit 14. Das Auto war geklaut. Und da ist so eine Jugendgeschichte, du bist automatisch in so einer Klientel unterwegs. Wenn du Cannabis konsumierst, dann bist du in einer Gruppe unterwegs. Diese Menschen konsumieren auch alle durch die unterschiedlichsten Gründe. Und du kommst automatisch mit Straftaten in Verbindung, weil du natürlich auch, wenn du dir regelmäßig Cannabis kaufen möchtest, in die Beschaffungskriminalität kommst. Du hast regelmäßig Kontakt mit diesen Menschen, die auch das Cannabis verkaufen, die dann auch dementsprechend kriminell unterwegs sind. Dealer. Dealer, genau, die dich auch verleiten dazu, bestimmte Straftaten zu begehen und sagen, hey, wenn du dir dein Gras nicht leisten kannst, dann gehst du in den Laden und klaust mir zum Beispiel das. Und dann bist du losgegangen und hast im Laden eine Jacke oder eine Tasche oder irgendwas für die gestohlen, um das dann wieder einzutauschen. Und das war halt diese Umgebung, in der du unterwegs warst. Bis hin zu, dass dann auch Angebote kamen so, ja, willst du auch mal was anderes probieren? Ich habe hier noch LSD, Speed, Kokain, all solche Geschichten, die wurden dann mit angeboten. Und dann bist du in so einen Strudel reingekommen, in so eine Umgebung, wo du nur noch ganz schwer rausgekommen bist, weil da hatte ich keiner mehr erreicht. Die alle außen, die waren für mich doof. Von meinen Eltern habe ich mir nichts sagen lassen, von der Polizei habe ich mir nichts sagen lassen, von der Schule. Das war mir vollkommen egal, weil ich einfach dachte, das ist mein Leben, die Leute, die hören mir zu. Da wurde ich einigermaßen akzeptiert, in meiner Depression, in meinem wenigen Selbstwertgefühl, was ich da hatte. Warum denkst du vor genau diesem Hintergrund jetzt, dass Cannabis Social Clubs oder Anbauvereinigungen, wie sie jetzt angedacht sind, eine gute Idee sind? Weil ich in dem Augenblick damit den Leuten genau das zeigen kann, dass es auch möglich ist, ohne das klarzukommen. Meine Freundin ist Kinder, Jugend und Familiencoach. Die hat die Löwenherzfamilie, Familiencoaching gegründet. Mit ihr zusammen sehe ich, was in den Familien unterwegs ist. Wir haben Kontakt zu den Eltern, wo wir Aufklärung betreiben können. Das, was mein Vater damals gemacht hat, das war ja grundlegend cool. Er hat dafür ein paar andere Sachen falsch gemacht. Und wenn man da jetzt nochmal den Feinschliff reinbringen kann, die Eltern aufklären kann und sagen, hey, sprecht vernünftig mit euren Kindern, hört euch die Sorgen an, guckt, ist da ein Problem mit Mobbing, mit Depressionen, einfach nur das falsche Umfeld, weil man Schwierigkeiten hat, Freunde zu finden, weil das Wertgefühl vielleicht nicht richtig funktioniert. In dem Augenblick kann ich Aufklärung betreiben und sagen, hey Leute, meine Story, die ist publik, da spreche ich offen drüber, da habe ich auch keine Hemmungen vor. Ich habe früher viel Scheiße gebaut, dafür stehe ich ein, ich wurde dafür auch bestraft. Nur heute sehe ich, ich kann den Leuten mit dieser Story zeigen, wie es besser geht, weil ich verstehe, wie scheiße es ist, wenn man gemobbt wird. Ihr müsst ja auch als Anbauvereinigung so ein Kinder- und Jugendschutzkonzept vorlegen. Also ihr habt wahnsinnig viele Vorschriften, Regulierungen. Um nur ein paar davon zu nennen, eine Anbauvereinigung baut gemeinschaftlich, nicht gewerblich Cannabis an und darf demzufolge Gras nur an ihre Mitglieder abgeben, nicht verkaufen. Sie darf maximal 500 Mitglieder haben und die müssen mindestens 18 Jahre alt sein. An Minderjährige darf übrigens sowieso kein Gras weitergegeben werden. Das ist weiter illegal. Eine Anbauvereinigung darf ihren Sitz nicht in einem Wohngebäude haben. Sie braucht einen offiziellen Sitz, wie ein Gewächshaus oder eben ein Grundstück, auf dem niemand wohnt. Direkt auf diesem Grundstück, also in der Vereinigung, darf übrigens kein Cannabis konsumiert werden. Der Begriff Social Club ist also ein bisschen irreführend. Er kommt aber auch nicht im Gesetz vor. Man wolle eben keine geselligen Orte zum Konsumieren schaffen, sagt mir eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums am Telefon. Konsumiert werden darf nur mindestens 100 Meter entfernt von der Anbauvereinigung. Außerdem nicht in der Nähe oder Sichtweite von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen oder öffentlichen Sportstätten und, und, und. Ihr seht schon, gar nicht so einfach mit dem Social Club. Den Link zum kompletten Gesetz mit allen Fragen und Antworten packe ich euch in die Shownotes. Du bist Vorstandsmitglied des ersten Freiburger Cannabis Social Clubs oder des Cannabis Social Clubs Freiburg. So rum ist es. Bring uns doch mal kurz auf Stand, wie dieser Club, diese Anbauvereinigung gerade aussieht. Also wo steht ihr gerade? Wie viele Mitglieder habt ihr gerade? Man muss ja nicht nur einfach einen Verein gründen, sondern man muss den auch genehmigen lassen bei einer Stelle des Landes. Ich meine, das ist das Ordnungsamt. Wo steht ihr im Moment? Also aktuell sind wir noch als Verein gemeldet, um eine Grundstruktur zur Verfügung zu stellen. Wir werden jetzt aber umfirmieren zu einer Genossenschaft. Wir werden dann eine Anbaugenossenschaft. Und das werden wir hier im Umland Freiburg machen. Da sind wir jetzt mit verschiedenen Bauträgern und auch mit Gärtnereien im Gespräch. Ich würde da schon ganz gerne eine sehr moderne Anlage auf die Beine stellen, weil das halt bei mir beruflich, habe ich halt den Zugang. Ich komme günstlich an solche vollautomatisierten Anlagen. Wir kalkulieren mit einer reinen Anbaufläche von 50 Quadratmetern, auf denen wir nachher 25 Kilo im Monat produzieren. Das ist richtig viel, ja. Also das ist auch noch eine Frage, die wir noch besprechen müssen, was eigentlich mit diesen, ob das nicht ein bisschen eine krasse Menge ist, diese 25 Kilo pro Monat. Ich möchte nochmal kurz, also Cannabis Social Club ist ja was vollkommen Neues eigentlich. Also wir haben jetzt irgendwie, viele von uns kennen noch so, wie du gesagt hast, wenn die Cannabis hören, denken die ans Kiffen, an einen Joint, an eine Bong, an diese klassische Kifferklientel, sage ich jetzt mal. Du hast aber schon mal in einem Interview mit meinem Kollegen David Pister besprochen, Kiffer sind nicht unsere Klientel, hast du ihm gesagt. Wer ist denn eure Klientel? Unsere Klientel sind Menschen, die sich dadurch eine Leistungssteigerung erhoffen. Das sind keine Leute, die vor etwas weglaufen, so wie ich es damals gemacht habe. Ich habe mich mit meiner Depression nicht auseinandergesetzt und ich bin weggelaufen. Glück auf Knopfdruck. Unsere Klientel sind Menschen, die nicht schwer krank sind, aber die von kleinen Wehwehchen, von Stress, von Schlaflosigkeit, aufgrund von schlechter Ernährung, Arbeit, das soziale Umfeld, solche Menschen, die so eine kleine Optimierung, die so einen kleinen Buff brauchen und sagen so, okay, jetzt ich würde in dieser Situation, wo ich gerade einen Haufen Stress im Geschäft habe, ich muss dieses Projekt fertig machen, das geht jetzt halt noch ein, zwei Monate, ich muss aber leistungsfähig bleiben und danach gönne ich mir einen Urlaub. Dann kann ich in dem Augenblick halt mal sporadisch Cannabis zur Leistungsoptimierung nehmen, indem ich ganz genau meinen Schlaf steuern kann, indem ich meine Ernährung steuern kann, wo ich mich fokussierter machen kann, wo ich mich in die Aktivierung bringe, wo ich auch mal Sport machen kann, ohne dass es mich total nervt. Solche Menschen sind unsere Klientel. Aktuell haben wir so rundabound 240 Mitglieder im Verein und die meisten davon sind 40 plus. Und was die Nutzung angeht, du bist ja zertifizierter Sachverständiger für Cannabis, deswegen hast du sozusagen auch den medizinischen Blick auf die Wirkung von Cannabis. Das heißt, diese Menschen, die dann Mitglied im Club sind und Cannabis bekommen über die Anbauvereinigung, die nutzen dann aber nicht, um jetzt nochmal dieses Kifferbild zu bemühen. Die sitzen dann nicht klassisch da mit einem Joint, sondern die konsumieren das sozusagen auf eine gesündere Art und Weise, so wie du es vorhin beschrieben hast. Also für den Konsum machen wir keine Vorschriften. Da sagen wir einfach nur, Leute konsumiert, wie ihr wollt. Wir geben aber Empfehlungen. Das, was unsere Anbauvereinigung so besonders macht, ist den Content, den wir mitliefern. Wir stellen den Menschen kostenlos, alleine durch ihre Mitgliedschaft, diesen Content, diese Informationen zur Verfügung. Wir arbeiten mit Sozialarbeitern zusammen. Wir haben Kinder-, Jugend- und Familiencoaches bei uns mit drin, die den Eltern dann gewisse Wordings an die Hand geben, Kommunikationssituationen. Ich mit meinem medizinischen Hintergrund den Leuten dann auch zeigen kann, wie kann ich alternativ Cannabis-haltige Präparate konsumieren, ohne Feuer und ohne Tabak. Das wird auch ganz oft von den Leuten gefragt. Kann ich Cannabis auch anders konsumieren? Weil ich möchte nicht rauchen. Ich bin ehemaliger Raucher. Ich möchte aber trotzdem ganz gerne den Rausch von Cannabis genießen. Es ist ein schönes Erlebnis, wenn man die Dosis kennt. Man kann sich mit Alkohol total abschießen oder man kann sich in so einen Pegel bringen, wo es einem leicht fällt, in der Disco und Mädel anzusprechen, was einem gefällt oder umgekehrt einen Jungen anzusprechen, dass man sich in eine gute Stimmung bringt. Okay. Und wer sind die Leute, die dann bei eurem Club jetzt schon Mitglied sind? Du hast gerade gesagt, die sind alle so 40 plus. Besonders beschreibt mal so den Durchschnittsmensch, der bei euch Mitglied ist, wenn das überhaupt möglich ist. Also ihr habt auch schon in Interviews gesagt, das sind alles Leute, die stehen im Leben, die haben Kinder, das sind Familienväter und Mütter, um wahrscheinlich so ein bisschen dieses Klischee zu widerlegen, dass es hier irgendwie Leute sind, die alle schon mal auf der schiefen Bahn waren oder auf der schiefen Bahn sind. Erklär doch mal ein bisschen, welche Leute sind denn so die Cannabis-Konsumenten, von denen man es auch vielleicht gar nicht denkt, wo man es gar nicht sieht? Also wenn wir jetzt rein so diese berufliche und diese Bildungsebene betrachten, dann sind es wirklich alle Bildungsschichten. Ich habe von einem Hauptschüler bis zu einem Studierten, bis zu einem Doktor, Diplomleute, alles mit dabei. Von normalen Mitarbeitern aus dem Verkauf bis hin zu Managern, Geschäftsführern, selbstständigen Unternehmensinhabern. Da ist alles mit dabei. Die haben auch die unterschiedlichsten Ansprüche. Was sind das für Ansprüche? Die Manager, die selbstständigen Unternehmer, die wollen halt eher so diese Leistungsoptimierung, die sagen, hey, ich muss jetzt den ganzen Tag vorm Computer hocken und diese PowerPoint vorbereiten, meine Excel-Tabellen ausfüllen. Ich brauche einen Fokus. Ich möchte mich nicht ablenken lassen. Dann konsumieren die im Microdosing-Bereich, gerade oral, dann Cannabis-haltige Präparate, um ihren Fokus. Die bringen sich in so einen Mini-Rausch und sind dann total fasziniert vom Bildschirm und können sich total in dieser Arbeit verlieren. Das ist wie, als wenn man ein gutes Buch liest, dass du einfach völlig dich damit identifizierst. Das kannst du mit Cannabis so ein bisschen provozieren. Bis hin zu, dass Menschen sind, die im Vertrieb, im Verkauf tätig sind. Die wollen einen guten Redefluss, die wollen eine gute Rhetorik haben. Dementsprechend bringen die sich dann auch in einen Bereich, wo sie sehr im Kopf unterwegs sind. Dann hast du ein bisschen weniger das Körpergefühl. Das nennt man dann halt so dieses Head High und Head Stone, Body High, Body Stone. Und damit kannst du arbeiten, diese ganzen Zustände, diese Cannabinoide, diese Terpene. Und durch meine Erfahrung, dass ich jetzt mittlerweile seit acht Jahren mich in dem medizinischen Bereich bewege, kann ich den Leuten die Anleitung dafür geben, kann sagen, Leute, guck mal, baut es da ins Essen mit, einkombiniert das mit der Ernährung, macht das vielleicht da bei dem Sport, guck, dass du in Bewegung kommst, geh in den Wald und genieß mal die Zeit, Meditation, Persönlichkeitsentwicklung. Das sind alles immer wieder so Fragen, die gestellt werden, wie kann ich denn an den ganz feinen Schrauben drehen? Und das geht leider nicht durch Joint oder Bon. Wenn ich ganz feine Schrauben drehen will, also wirklich gerade so unter diesem Rausch kommen will, orale Aufnahme, zum Beispiel Öl übers Essen, das Einfachste, was du machen kannst. Du kannst genau Tropfen zählen, wenn du ein Präparat hast, was eine homogene Lösung ist. Also da ist alles gleich viel schön vermengt drin. Dann wirkt jeder Tropfen gleich. In dem Augenblick kann ich mir natürlich auch immer dieses Verhalten, diesen Rausch gleich einstellen. Und diese Vielfalt, die möchte ich den Freizeitkonsumenten zur Verfügung stellen, um ihnen das so attraktiv wie möglich zu machen, sich für eine gesündere, für eine bessere Konsumform zu entscheiden. Weil dass wir sie vom Konsum abhalten, haben wir ja jetzt schon bewiesen, klappt nicht. Klappt nicht. So sieht das auch die Landesstelle für Suchtfragen in Baden-Württemberg. Christa Niemeyer ist dort Referentin für Suchtfragen und Prävention. Insgesamt muss man sagen, dass die prohibitive Drogenpolitik scheitert ist. Als Landesstelle für Suchtfragen sind wir für die Entkriminalisierung, weil dadurch die Möglichkeit des Zugangs zu KonsumentInnen viel eher gegeben ist und viel offensive Aufklärung vorangebracht werden kann. Die Vorgaben des Cannabis-Gesetzes sind sehr komplex und daher sehr schwer kontrollierbar. Aber Kontrolle ist ja auch nicht der vordergründige Sinn des Cannabis-Gesetzes. Dieses stellt die Eigenverantwortung von Cannabis-konsumierenden Erwachsenen in den Mittelpunkt. Sowohl als Eigenanbau, als auch in Anbauvereinigungen. Das ist ein erster Schritt, die Prohibition aufzubrechen. Das befürworten wir auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, das hört sich jetzt an wie so ein Bauchladen auf dem Jahrmarkt mit lauter spaßigen Optionen, wie ich meinen Alltag irgendwie optimiere durch Cannabis-Konsum zum Beispiel. Also es klingt alles sehr vorteilhaft so, wie du die Leute beraten kannst, wie sie ihre Nutzung optimieren und so weiter und so fort. Wie übernehmt ihr denn in die andere Richtung gedacht, auch für eure Clubmitglieder, Verantwortung in dem Sinne, dass sie nicht überkonsumieren? Man kann ja auch nicht kleinreden, dass Cannabis auch eine sehr gefährliche gesundheitliche Wirkung haben kann. Zum Beispiel über eine dauerhafte Nutzung oder in einem gewissen Alter. Es kann das Gehirn beeinträchtigen, schädigen. Es kann bei, sage ich mal, psychischen Vorerkrankungen auch eine kontraproduktive Wirkung haben. Wie übernehmt ihr denn da Verantwortung, dass ihr auch sagt, wir sagen euch nicht nur, wie ihr es zum Guten nutzen könnt, sondern wir passen auch auf, dass es euch nicht schadet? Das ist ein sehr gutes Thema, weil das ist die Umkehrfunktion. In dem Augenblick, wo ich nicht an den feinen Schrauben drehe, sondern sage, ich konsumiere mit einem großen Hammer, Joint, Bong, und ich dröhne mich damit einfach zu. In dem Augenblick habe ich ein extremes Risiko. Greift ihr dann ein? Also würdet ihr jemandem, von dem ihr wisst, der dröhnt sich zu, der macht sich dadurch taub, würdet ihr dem Hilfestellung anbieten können? Also ist auch sowas in einem Social Club angedacht? Oder ist es tatsächlich in erster Linie so die Punkte, die du angesprochen hast, dass man sagt, hey, guck mal, du kannst hier deinen Redefluss optimieren und solche Dinge? Das ist beides das Ziel, weil gerade um den Menschen zu zeigen, wie ich es gut konsumiere, muss ich ja erst mal darüber sprechen, wie konsumiert ihr es jetzt gerade? Und oftmals sind das diese Menschen, die sich damit aus dem Leben ziehen, die nicht mehr am Alltag teilhaben, die ihr Sozialleben dadurch vernachlässigen. Und die möchte ich ja damit abholen. Wir arbeiten mit Pflegekräften zusammen. Wir haben unter anderem auch Pflegekräfte bei uns im Verein. Wir werden auch eine Anbauvereinigung haben, an die eine Selbsthilfegruppe angeschlossen ist. Also keine Drogen- und Sucht-Selbsthilfegruppe, sondern es wird eine Selbsthilfegruppe sein auf Basis von Patienten, also von Menschen, die es aus medizinischen Gründen konsumieren, damit die da einen Ansprechpartner haben. So dieses Drogen- und Sucht, das ist abschreckend. Da will keiner hin. Ich will nicht zur Drogenberatung, ich will nicht zur Suchtberatung. Das Wording klingt doof. Kann ich jetzt aber mit Cannabis-Patienten, die eine langjährige Therapie eingestellt haben, die mit Ärzten in Verbindung sind, die wirklich wissen, wie es läuft, die kann ich doch viel eher fragen. Das sind auch Mütter, das sind Väter, das sind Omas, Opas, Kinder. Also ich habe von 0 bis 99, habe ich alles an Cannabis-Patienten. Also Kinder wohlgemerkt nicht im Social Club, der ist ab 18 Jahren. Nur damit es nicht falsch rüberkommt im Podcast. Aber als seine medizinischen... Nein, Kinder haben definitiv nichts in einem Cannabis-Social Club zu tun. Da bin ich auch eher so diese Meinung, alles unter 25, da ist halt das Problem, diese Gehirnentwicklung. Alles unter 25, da passiert noch so viel, da entwickelt sich in unserem Körper was. Und wenn man dann in sehr hohen Dosen THC konsumiert, was ja der psychoaktive Stoff ist, der einen massiven Einfluss auf unser Nervensystem hat, bis hin zu, wenn man Vorerkrankungen hat, also wenn in seiner Familie schon mal psychotische Erkrankungen diagnostiziert wurden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das vererbt wurde. Wenn ich dann Hoch-THC-Präparate regelmäßig konsumiere, dann kann es sein, dass mir das in den Stecker zieht. Damit genau das nicht passiert, sollen die Anbauvereinigungen auch mit der Suchthilfe zusammenarbeiten. Die Anbauvereinigungen sind eine gute Möglichkeit, die kontrollierte Weitergabe und die Substanz zu kontrollieren. Beim Eigenanbau ist es allerdings schwieriger und auch nicht gut geregelt. Wir gehen erstmal davon aus, dass die Anbauvereinigungen ein großes Interesse haben an einer seriösen Entwicklung und der Zusammenarbeit mit der Suchthilfe. Zu dieser Zusammenarbeit sind sie ja gesetzlich verpflichtet. Darin besteht auf jeden Fall ein sehr positiver Zugang zu Konsumierenden für Präventionsprogramme und für Frühintervention bei riskantem Konsum. Ihr habt ja auch, weil du die verschiedenen Menschen angesprochen hast, die bei euch in der Anbauvereinigung Mitglieder sind, ihr habt auch Aufnahmekriterien. Was sind denn solche Aufnahmekriterien? Also weil du jetzt gerade gesagt hast, jemand, der zum Beispiel schon mal eine Psychose hatte oder sowas. Also gibt es, wenn ich jetzt eintreten wollen würde, muss ich da einen Fragebogen ausfüllen oder was müsste ich tun? Du hast einmal einen Fragebogen, den du ausfüllen musst und du wirst dich auch mit unseren Pflegekräften unterhalten müssen. Wir machen eine sogenannte Sozialanamnese. Wir wollen halt auch schon gucken, aus welchem Umfeld kommst du. Bist du ein arbeitsloser Mensch, der irgendwo ein schlechtes Umfeld hat, der sich, der keine Freunde hat, der einsam alleine ist und deswegen jetzt gerade versucht, einen einfachen Zugang zu kriegen, um weiter zu flüchten. Dann bieten wir Hilfestellungen an. Dann können wir in dem Augenblick auch sagen, du, wir haben hier verschiedene Ansprechpartnerprogramme. Wir arbeiten mit Drogen- und Suchtberatungen zusammen. Also wir können in dem Augenblick auch ganz kompetent vermitteln. Wir haben eigene Leute aus dem Bereich, ehemals Abhängige, die da dann unterstützen. Wir fragen Gesundheitsfragen ab, wo man dann auch prüft, gehört ihr nicht eigentlich zum Arzt. Wir haben auch immer wieder Anfragen von Menschen, die Opiate bekommen, die dann bei uns sich Cannabis beschaffen wollen, um damit ihre Therapie zu ergänzen. Das geht natürlich auch nicht. In dem Augenblick greifen wir in die Therapie des Arztes ein. Der Patient ist zur Compliance verpflichtet. Das ist ein Grundgesetz in Deutschland. Da müssen wir dann auch schon ganz klar differenzieren, Freizeitkonsum vom medizinischen Konsum. Der medizinische Beizukonsum von Freizeitkannabis ist nichts. Da sollten die Patienten auch Cannabis-Patienten die Finger von lassen, weil sie in dem Augenblick die Compliance ihrer medizinischen Versorgung gefährden. Darüber müssen wir auch aufklären, weil die Menschen in dem Augenblick auch anfangen, Opiate oder ihre Medikamente illegal zu substituieren. Die setzen die ab, ohne dass der Arzt das weiß. Das ist ein großes Risiko für unser Gesundheitssystem. Ein Cannabis- oder eine Anbauvereinigung darf ja maximal 500 Mitglieder haben. Wenn man sich das ausrechnet, ihr dürft pro Club-Mitglied, was über 21 Jahre alt ist, 50 Gramm pro Monat ausgeben. Das wären dann bei 500 Mitgliedern eben 25 Kilogramm Marihuana in Reinform im Monat. Wo in Freiburg werden die angebaut? Was ist da der Plan? Und wo wird auch eure Anbauvereinigung ihren Sitz haben? Denn auch dafür gibt es ja Vorschriften. Ihr dürft nicht in der Nähe von einer Kinder- und Jugendeinrichtung sein. Ihr sollt kein Aufsehen erregen, Werbung schon gar nicht draußen hängen haben. Wo kann man denn da mit euch rechnen? Also wir werden uns jetzt eher so auf den Raumrandgebiet von Freiburg begrenzen, weil wir in dem Augenblick auch nicht provozieren wollen mit dem, was wir tun. Wir werden auf den Bürgermeister, auf den Gemeinderat noch zugehen und wir werden fragen, wo man uns hinhaben möchte. Das ist mir dann deutlich lieber, direkt in Kooperation mit der Stadt zu gehen. Wir wollen mit der Polizei, mit den Ordnungsämtern zusammenarbeiten, um in dem Augenblick auch auf Lücken im Gesetz aufmerksam zu machen. Wir wollen Vorbild sein. Wir wollen da Leuchtturm machen. Also wir haben da ganz viele Regeln, die wir beachten müssen. Und auch das werden wir über die Anbauvereine dann an diese Menschen herantragen und sagen, hier ist das Regelwerk und wir wollen euch das so kommunizieren, dass ihr es versteht. Wie verhalte ich mich in der Öffentlichkeit? Wie kriege ich raus, ob in 100 Metern Umgebung eine Schule, einen Kindergarten, ein öffentliches Gebäude ist? Wie kann ich meine Konsumform dann da anpassen? Wie kann ich das diskret machen? Ich muss mich nicht provokant vorne hinstellen, mir die dickeste Tüte anzünden und das wie so eine Show zelebrieren. Das muss man nicht machen. Das ist öffentlichkeitsträchtig nicht so schön. Was sagst du denn zu Kritik beispielsweise aus der Opposition zu dem neuen Cannabis-Gesetz, dass genau diese, ich sage jetzt mal, Normalisierung dieses Konsums auch vielleicht am Steuer, wenn ich Auto fahre, in einem geringen Maße, was sagst du zu der Kritik, dass es beispielsweise die CDU sagt, ja, es ist eine Gefährdung im Straßenverkehr, Kindern und Jugendlichen wird damit vermittelt, dass es harmlos sei. Also es gibt ja durchaus auch Punkte, wo in diesem politischen Prozess gesagt wurde, habt ihr nicht mehr alle Tassen im Schrank, das jetzt zu legalisieren, zu teillegalisieren? Ja, natürlich. Da ist ein gewisses Risikomanagement, was man dann auch wieder betrachten muss. Das ist wie bei vielen anderen Sachen im Alltag auch. Ich muss schauen, welches Risiko besteht für die Öffentlichkeit. Der Staat ist ja in einer Fürsorgepflicht. Er muss den Bürger vor Schaden schützen. Das ist seine Aufgabe. Und dann kann ich auch verstehen, dass man das Risiko abwägt. Und jetzt ist da dann auch die Frage, der heimliche Konsum ist ja da. Die Zahlen haben wir da, jahrzehntelang illegaler Konsum. Das wird gemacht. Jetzt ist halt die Geschichte, was kann man durch eine Legalisierung Positives für diese Konsumenten tun, um das Risiko, was jetzt da in der Öffentlichkeit schon da ist, was wir ja nicht wegreden können. Die Polizei hat die Zahlen, die Justiz hat die Aufwände, das Geld wird ausgegeben, die Verfahren werden geführt. Das ist jetzt wieder ein neues Risikomanagement. Wie kann ich durch eine Legalisierung den Konsum so steuern und verbessern, die Qualität der Konsumierenden auch verbessern, den Content schaffen, Aufklärung schaffen, um das Risiko im Straßenverkehr zu minimieren, weil man die Menschen nicht mehr in eine Bedrängungssituation bringt. Sie sind nicht mehr in einer Verbotssituation. Es wird auch einfach ein bisschen unattraktiver gemacht, weil viele Menschen machen das auch aus Rebellion heraus, aus Trotz heraus, aus Frust heraus, wird auch ganz viel in der Öffentlichkeit Schaden angerichtet, einfach nur, weil man sich dann gesehen fühlt. Also der Reiz des Verbotenen geht verloren. Genau. Das ist dann einmal so ein Thema, das wird sicherlich auch so seine 10, 20 Prozent dazu beitragen, dass diese Unfallzahlen, dass diese Auffälligkeitszahlen sinken. Und all das in Kombination, wenn wir es richtig anwenden, auch da sind die Bedingungen wieder essentiell, dann haben wir damit im Risikomanagement eine sehr gute Möglichkeit, bestimmte Risikofaktoren viel besser zu steuern. Wir können sie nicht abstellen, aber wir können in dem Augenblick diese Prozesse analysieren und sagen, was passiert, was ist die Ursache, was ist die Auswirkung und kann ich da irgendwelche Kontrollinstrumente, irgendwelche Sicherheitseinrichtungen installieren in Form von Betreuung, angeboten, auch diesen THC-Wahnsinn zu beenden und zu sagen, hey Leute, du kannst auch mit 5 bis 10 Prozent THC einen richtig schönen Turn erleben, weil es halt deutlich mehr in dieser Pflanze gibt als nur THC und CBD. Ja, auch das ist ja im Gesetz geregelt, dass beispielsweise Heranwachsende bis 21 Jahre maximal 30 Gramm im Monat bekommen dürfen mit maximal 10 Prozent THC-Gehalt, wo ich mich frage, wie könnt ihr das denn, wenn ihr diese Pflanzen anbaut, so genau berechnen und einhalten, dass ich sagen kann, oh, der Mensch ist jetzt aber erst 20, da dürfen maximal 10 Prozent THC drin sein. Wir arbeiten zum Beispiel mit Spektrum-Ingenieurs zusammen, die bringen unter anderem das Gerät Purple Plus auf den Markt, da habe ich ein Analysegerät. Also unsere Anbauvereinigung hat ein Gerät, was kalibrierbar ist, wo wir bei uns vor Ort die getrockneten Blüten auf THC und CBD-Wert messen können und eine gute valide Ergebnis kriegen. Also wir werden da auf 3, 4 Prozent genau THC analysieren können. In dem Augenblick sehe ich ja dann, welches Präparat biete ich dem da jetzt gerade an und welches besser nicht. Ich kann dann auch einzelne Blüten selektieren und sagen so, hey, da haben wir jetzt gerade die Messung, das liegt bei 12 Prozent, ich gebe dir jetzt gerade die hier, die haben wir mit 10 Prozent gemessen, die sind völlig in Ordnung. Die Frage, ob und wie Jugendliche Cannabis konsumieren oder eben besser nicht, hätte Christa Niemeyer gerne schon früher diskutiert. Kinder- und Jugendschutz muss ganz oben stehen bei der Umsetzung des Cannabis-Gesetzes. Die Anbauvereinigung und deren Mitglieder sind dahingehend auch gesetzlich verpflichtet. Wir hätten uns gewünscht, dass die Kritik am Kinder- und Jugendschutz schon früher ein Thema gewesen wäre. Denn seit Jahren steigt die Zahl der Cannabis-konsumierenden Jugendlichen mit teilweise sehr gravierenden negativen Auswirkungen. Da muss mit aller Macht und allen Mitteln gegen vorgegangen werden. Als Landestelle für Suchtfragen fordern wir, dass es einen massiven und vor allem strukturellen Ausbau von Suchtprävention geben muss, in Schulen, in Freizeiteinrichtungen, in Betrieben und so weiter. Da sehen wir leider im Moment noch keine Fortschritte. Ein Ziel dieses Gesetzes ist es ja auch, den Schwarzmarkt einzudämmen. Also den Schwarzmarkt, auf dem ja auch oft Produkte gestreckt werden, die dann gefährlich sind. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, wir haben schon drüber gesprochen, jemand bekommt 50 Gramm Haschisch oder Gras, also getrocknete Blüten zum Beispiel, im Monat 50 Gramm. Und diese 50 Gramm müssen im Prinzip auch aufgebraucht werden, weil ich darf ja mit der neuen Gesetzgebung auch nur 50 Gramm bei mir zu Hause haben. Ist es nicht wahnsinnig viel, 50 Gramm, und ist es nicht sehr naheliegend, dass jemand diese 50 Gramm nicht nur alleine aufbraucht, sondern auch vertickt oder verschenkt, was bei einer Anbauvereinigung eigentlich nicht genehmigt ist? Wie siehst du das? Ist es realistisch? Ist es nicht auch ein Anreiz, es dann zu verkaufen oder zu verschenken, was ja verboten ist? Geht diese Rechnung dieses Gesetzes da auf? 50 Gramm ist viel. 50 Gramm ist extrem viel. Also ich habe schwerkranke Patienten, die 50 Gramm im Monat konsumieren. Also es ist schon eine Hausnummer. Also ich behaupte jetzt mal, die Regierung, auf meine Erfahrung heraus, so wie ich das Gesetz interpretiere und aus meiner Arbeit heraus, die Regierung nimmt die Verlagerung des Schwarzmarktes billigend in Kauf. Ist deine Annahme? Meine Annahme, ja. So wie ich das Ganze interpretiere, wird der Schwarzmarkt nicht unbedingt damit ausgetrocknet, sondern er wird verlagert. Wir bekommen nicht mehr das mit Chemikalien versetzte, gestreckte Gras aus dem Ausland, was unter widrigsten Umständen gegrowt wurde, sondern wir bekommen in dem Augenblick eine Marktschwemme im innerdeutschen Markt, weil jede Cannabis-Anbauvereinigung so dermaßen in Überproduktion gehen kann. 25 Kilo im Monat ist halt schon echt pervers. Dadurch haben wir eine Überproduktion und natürlich wird das weitergegeben. Es wird verschenkt, es wird verkauft, es wird irgendwo weitergegeben. Brauchen wir uns nichts vormachen, da gehen wir auch ganz stark davon aus. Wir möchten Kontrollinstrumente implementieren auf Basis von Software, QR-Codes, NFC-Chips, wo wir wirklich nachvollziehen können, was für Material wird gekauft. Kauft er wirklich nur High-THC? Kauft er nur eine Sorte, diverse Sorten? Also wir wollen da schon ein Tracking machen und gucken, wie ist das Konsum und das Kaufverhalten von unseren Klienten, die da rumlaufen, um dann auch zu schauen, ist da eine Weitergabe plausibel? Sieht das so aus, als würde der dieses Material regelmäßig weitergeben? Jemand, der jeden Monat 50 Gramm holt, der bei seiner Sozialanalyse angegeben hat, dass er einen 40-Stunden-Tag arbeitet, das ist relativ unwahrscheinlich, dass der so viel konsumiert, dass das alles für ihn ist. Es gibt Menschen, die wirklich einen Stoffwechsel haben, die können einen Gramm im Joint Pur rauchen, die haben danach kein High, weil sie es anders verstoffwechseln. Das ist möglich, es ist da. Aber die Ausnahme. Ja, das ist verdammt selten. Wenn ich jetzt sage, ich habe davon zehn Leute bei mir in meiner Anbauvereinigung, dann kann ich da schon mal das Gespräch suchen und sagen, hey Leute, wie sieht es denn aus? Hintergrund, finanzielle Probleme, müsst ihr es verkaufen oder du fällst auf. Dann kann ich da schon ins Gespräch gehen, weil wir dann natürlich auch eine geschützte Community zur Verfügung stellen. Also da sprechen ja Freizeitkonsumenten mit Freizeitkonsumenten. Die können in den Austausch gehen, die wissen, die kennen einander. Wir dürfen diese Social Club-Strukturen nicht haben. Also das ist eigentlich ein falsches Wording. Ihr dürft nicht im Gebäude dieser Anbauvereinigung konsumieren. Ihr dürftet aber gemeinschaftlich konsumieren, beispielsweise in der Privatwohnung als Mitglieder des Clubs über 18 und so weiter. Aber klar, der Begriff Social ist ein bisschen irreführend, weil es eben nicht so gedacht ist, dass man da gesellig in so einem Clubhaus abchillt und Joints durchzieht. Also das ist das, was eigentlich nicht gewollt ist. Genau. Und da wollen wir dann auch eine Plattform zur Verfügung stellen, dass die Leute sich austauschen können, dass sie in Kommunikation gehen. Und dadurch können wir Bewusstsein schaffen für einen gesunden Konsum. Wir wollen einfach das Risiko minimieren, dass sich diese Menschen durch ihren Konsum in ein Fehlverhalten bewegen. Und da sind wir wieder beim Thema Jugendschutz, wo wir vorhin ganz kurz waren. Wie ist da dann euer, wenn wir von dieser Überproduktion jetzt mal ausgehen, ihr macht 50 Gramm pro Mitglied im Monat. Wie ist da euer Plan? Also wir haben unterschiedliche Plattformen, die wir da anbieten. Wie gesagt, wir arbeiten mit der Marina Irslinger, Kinder, Jugend und Familiencoach zusammen, was meine Partnerin ist. Da habe ich dann einen sehr guten Draht zu. Die kennt das Problem Cannabis in Familien. Die kennt aber auch allgemein die Probleme in Familien. Und wir wollen bei den Eltern ansetzen, weil die Eltern sind unter anderem unsere Klientel. Sie sind Mitglied in der Anbauvereinigung. Und sie sind aber auch Vorbild der Kinder. Wir müssen bei den Kindern genauer hingucken, warum konsumieren die eigentlich? Ist das ein Spaßkonsum oder ist das ein Hilferuf? Und da kriege ich am besten die Eltern. Da gehen wir auf die Eltern zu, bieten denen genau diese Bereiche an. Wie spreche ich denn mit meinem Kind überhaupt über den Cannabiskonsum? Wenn mein Kind ankommt und sagt, Papa, Papa, was ist eigentlich Cannabis bei mir in der Schule? Rauchen das alle? Da hat der Papa in dem Augenblick die Möglichkeit, ihm so viel Content an die Hand zu geben, dass er versteht, was Cannabis ist. Und selber entscheide es, gut oder schlecht brauche ich das. Oder er überlässt diese Aufklärung dem Dealer. Und da wollen wir dann die Aufklärung den Eltern geben und sagen, klärt eure Kinder bitte selber auf, erzählt, was ist Cannabis, wie wirkt das? Wenn ich aber gleichzeitig auch diesen gesundheitlichen Aspekt mit da reinnehme und sage, du, wenn du das jetzt regelmäßig konsumierst, ist das halt auch nicht gut. Und Schule, Ausbildung wird dann für dich ein Problem darstellen. Wollen wir nicht eine andere Möglichkeit finden, wie du dir in dem Augenblick deinen Benefit holst? Weil oftmals ist es ein Defizit, was dieses Kind ausgleichen möchte. Das ist ein Knopf, um glücklich zu sein. Daraus entsteht die Sucht. Was hätte dir denn, letzte Frage, was hätte dir denn als Jugendlicher geholfen, als du dieses Glück auf Knopfdruck gesucht hast? Also hätte es dir geholfen, wenn du damals schon gewusst hättest, wenn es damals schon Anbauvereinigungen gegeben hätte und du hättest gesagt, das ist eh voll langweilig, ist ja schon legal, hätte das einen Unterschied gemacht? Oder hättest du, was hättest du gebraucht, als du wegen Cannabis als Jugendlicher abgerutscht bist? Ich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern mir zuhören. Das war einfach nur so dieses Thema, ich wurde gemobbt in der Schule, ich hatte diese Probleme. Ich war emotional total fertig. Und ich habe mir gewünscht, dass meine Eltern mich sehen und meine Eltern mir zuhören. Das hat aber nicht funktioniert, weil meine Eltern es nicht geschnallt haben. Heute weiß ich, sie haben getan, was für sie möglich war. Nur da möchte ich den Eltern neue Möglichkeiten zur Verfügung stellen, weil das können wir nicht im Abo zulassen. Das, was ich als Kind erlebt habe, das möchte ich im Rahmen meiner Einflussmöglichkeiten in Zukunft verhindern. Deswegen mache ich diese gemeinnützige Arbeit mit dieser Anbauvereinigung, mit dem Jugendschutz, mit der Stadt zusammen, weil wir ein Leuchtturmprojekt auf die Beine stellen wollen. Wir wollen zeigen, ihr könnt es nicht verbieten, aber ihr könnt es unterstützen, ihr könnt das Risiko für ein Fehlverhalten skalierbar machen, und sichtbar machen. Vielen Dank, Stefan Kruse, für das Gespräch. Sehr gerne. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Auf Wiedersehen. Ohr, ich kann das hier nicht. Das war BZ am Ohr, Ich kann das hier nicht. Ich kann das hier nicht. Vielen Dank.